Die Braunbären aus dem Mönchengladbacher Tiergarten ziehen um. Der Bärenwald Müritz wird das neue Zuhause der drei Tiere. Das neue Umfeld bietet mit 16 Hektar deutlich mehr Platz und einen natürlicheren und weitläufigeren Lebensraum. Ja, also der Tierpark Mönchengladbach hat sich an vier Pfoten gewarnt, weil sie von dem Projekt Bärenwald Müritz gehört haben. Dort, wo wir eben Bären, Braunbären aus nicht tiergerechter Haltung aufnehmen und eben denen naturgemäßes neues Zuhause bieten. Die Planungen laufen schon seit 2010 und werden im Frühjahr 2013 nach dem Winterschlaf der Bären endgültig vollzogen.